Wir gucken uns hier mal explizit den Derby Broke Schuh an, warum er vermutlich der versatilste Schuh überhaupt ist und warum du dich damit unmittelbar hinaufkleidest. Man muss gleich sagen, dass es sich bei diesem Schuh streng genommen um keinen formellen Schuh handelt, sondern du immer noch relativ leger und casual unterwegs bist. Wirklich formell wird es dann erst mit dem Oxford, der im Gegensatz zum Derby mit geschlossener Schnürung daherkommt. Das also wäre dann der eigentliche Dress-Schuh. Derby-Schuhe und das ist das Schöne an denen, kannst du über den gesamten Bereich von casual bis hin zu teilformellen Business-Anlässen tragen. Der Schuh passt also genauso gut zu Jeans mit Polo, wie zur Chino mit Blazer und natürlich auch zum Anzug. Breiter aufgestellt als mit Derbys kannst du eigentlich kaum sein. Ist der Rest deiner Kleidung eher casual, ich denke da an Jeans mit Shirt oder von mir aus auch trendige Lederjacke, dann kleidest du dich mit Derbys hinauf und ist der Rest deiner Kleidung eher formell, sprich Anzug, Hose, Hemd, Anzug, Jacke, dann kleidest du dich mit Derbys hinab. Beides legitim und je nach Anlass völlig stilecht. Dass ich hier jetzt nur auf den Broke Derby eingehe, das hat auch einen Grund, denn je mehr Akzente ein Schuh hat, in diesem Fall die Lochmuster, desto weniger formell ist er im Allgemeinen. Bei wirklich formellen Black Tie Events, da würde ich dann auf diese verzichten, selbst dann, wenn ich Oxfords trage, beziehungsweise würde ich dort dann auf Quarterbrokes setzen. Generell aber ist unumstritten, der Derbyschuh wertet einen Stil, verglichen mit jedem Sneaker der Welt auf und trägst du einen, dann wirst du auch anders als ein Teenager mit kitschigen Sportschuhen behandelt werden, das steht auch mal fest. Auf welche drei Qualitätsmerkmale du bei klassischen Lederschuhen achten solltest, dazu habe ich schon ein Video gemacht, das du dir ansehen solltest. Wenn du Schuhe in diesem Bereich suchst, die gut verarbeitet sind und sogar ein bisschen Prestige mitbringen, dann kann ich dir die Hersteller Loke und auch Schuhpassion empfehlen. Hier gibt es im Online-Shop richtig ordentliche Angebote. Beide Hersteller haben ein gutes Renommee und die Schuhe sind auch als robust und haltbar bekannt. Klick dich am besten mal durch die Modelle, hol dir vielleicht ein paar und erfreue dich an den Reaktionen, denn man wird dir ganz klar sofort mehr Stil zu messen. Ziemlich egal, wo du dich aufhältst und wie gesagt, wie der Rest deiner Kleidung aussieht. Ich setze dir einen Link unten in die Beschreibung. Diese Schuhe müssen auch wirklich nicht immer jenseits von 300 Euro kosten, dass es auch günstiger geht. Das zeigt zum Beispiel auch die spanische Marke Colflex. Ich habe mir unlängst ein paar direkt aus Mallorca geordert. Hier war ich mit unter 200 Euro inklusive Versand dabei. Und für diesen Preis ist das schon mehr als in Ordnung. Das ist quasi genau der Fullbroke Derby Schuh, um den es in diesem Video geht. Das Leder stammt von einem Jungkalb und bei der Sohle handelt es sich um eine Ledersohle, die im Blake-Verfahren vernäht wurde. Ich finde, das sind schon Details, die man bei traditionell hergestellten Schuhen so erwartet und auch haben will. Und das Handwerk, das sich der Hersteller auf die Fahnen schreibt, das nehme ich ihm auch ohne weiteres ab. Zwei Sachen waren mir aufgefallen, die dann vielleicht den Unterschied zu Premium-Schuhen ausmachen. Zum einen gibt es hier an der Seite des einen Schuhs eine kleine Lederstauchung, beziehungsweise es wurde ein Stück etwas minderer Qualität eingesetzt. Und zum anderen hat man bei einem der Schuhe ein bisschen mit der Farbe am Sohlenrand gespart. Beides ist aber jetzt nicht wirklich schlimm. Aus mehr als einem Meter auch nicht sichtbar. Und die Funktionalität ist natürlich auch nicht eingeschränkt. Wirklich überraschend gut hingegen ist das Fußbett des Schuhs. Das wiederum hatte ich bei deutlich teureren Schuhen schon schlechter. Hier wurde offenbar eine sehr gute Fußausballung verwendet, beziehungsweise eingearbeitet. Und die Ergonomie ist echt so gut, dass monatelanges Einlaufen hier bestimmt nicht nötig sein wird. Das merkt man eigentlich sofort nach den ersten paar Schritten dann. Ja, das sind auch die Prädikate, auf die du bei deinem Schuh achten willst. Hochwertiges Leder, traditionelle Sohlenanbringung, also Bleck oder Rahmengenäht, eine feine Verarbeitung und wie gesagt auch Ausballung mit bequemer Ergonomie für den Fuß. Ein bisschen steif ist anfangs natürlich jeder Lederschuh, aber das ist das Gute an diesem Material. Es passt sich mit der Zeit, nämlich den körperlichen Gegebenheiten an und bleibt dann so. Lass mich gerne wissen, welche Schuhe du unter den klassischen am liebsten trägst oder auch gerne welche Anbieter du empfehlen kannst und guck dir, wenn du magst, auch meine anderen Videos zu gepflegter Fußkleidung an. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.